Liebeschmeißer, die wollen nur Sandrein schmeißen. Den City-Hai höre ich ja nicht mehr, ne? Also der ist ja schon bei mir raus, also der langweilt mich mittlerweile schon. Aber Kuschel, Kuschel bezeichnet mich gerade als Lügnerin. Na, okay. Na, das ist ein schlimmes Kleiner morgen wieder. Nein, Kiebekus, ich habe dich erwischt. Deswegen bin ich auch unwichtig. Richtig, genau. Ne, Kuschel, du musst jetzt nicht darauf eingehen. Das ist für mich okay, wenn du das machst. Ja, alles gut, Kuschel, ja, alles gut. Ich höre dir nicht zu. Ich möchte jetzt zum anderen was sagen. Zur Organeut, oder wie er heißt. Kann natürlich ausgelegt werden wie Alkohol. Soll ich dir sagen, warum das ausgelegt wird wie Alkohol? Weil sie ewig sagen, hier der und der, so wie Adas, ich und der und der und der, wir würden saufen. Und deshalb hat sie gesagt, dann trinkt nur einen. Also habe ich das damit verstanden, dass ich Alkohol saufen und dass ich mir noch einen trinken soll. So, und da muss man beigewesen sein, dann wisst ihr, wie sie das gesagt hat. Manchmal guckt man das vor wie ein China-Garde, da. Das soll nicht glauben, dass das Erwachsene leid sein wollen. Ja, sicher habe ich das falsch verstanden. Wenn einer sagt zu mir, trink dir nur einen, dann habe ich es falsch verstanden. Ja, toll. Dann sage ich, trink dir nur einen Kaffee oder trink dir einen Tee oder was. Aber nicht, trink dir nur einen. Ich habe erst mal gesehen, wie hinterlädtig die Alexa wirklich ist. Ach, ich rede von Juden und du redest von Muslimen. Ach, du fressst du, du verfickte Oma. Oma, du blöde, Sau, du blöde, ich will dich nicht neu. Oma, halt dich raus. Oma, du dich lieber um die Deutschen hier. Was hier für arme Menschen sind und was kümmern dich andere Menschen? Hallo, bist du blöd? Schön, Schwanz, ne? Alexa, Schwanz, ist egal. Und du redest hier von kümmer dich mal um Deutsche? Kümmer du dich doch. Misch dich nicht ein, was ich tue oder was ich nicht tue. Franz Bläserin hat's Maul. Komm ich auf Hammer, halt dich raus. Das ist der Hammer, wo der macht, ist der Hammer. Der Gondrom, Zizirkus, kommt alles von dem. Der hitzt die Leute auf, das geht nicht hin und ihr fallt halt drauf rein. Ja eben, Organalt. Darüber habe ich gesprochen. Über die Reisprognomnacht. Prognomnacht. Ja, verpiss ich. Ich bin nicht weg, verstehe ich. Ich lasse mich noch ein bisschen kaputt. Hau ab! Hau ab! Ich habe die Schnauze voll, dass du immer von Muslimen sprichst. Mein Gott! Wirf Bildung runter. Gut, dass du hier die Schlaue im Chat bist. Du verbesserst jeden alles. Du bist ja die Superschlaue hier. Naja, zumindest weiß ich, was die Reisprognomnacht bedeutet. Dass das mit Juden zu tun hat und nicht mit Muslimen. Oh, wie schön. Ja, scheiße, ne? Was doof ist? Du kannst mich nicht anpissen. Doof bist du? Du bist saudoof. Ich sage nur nicht, warum du saudoof bist. Aber das wüsstest du selber wissen. Also, lass mich jetzt zufrieden. Das weiß doch jeder. Das haben wir eigentlich gut gelandet. 1933, wo das war. Mit der Nazi. Ich glaube, das landet so gut. Wenn ich nicht so, dass die erst mal wieder bald weg ist, ey. Dann springt die auch nicht mehr so oft im Mikro rein. Alles, aber ich komme sowieso jetzt vorläufig nicht. Ich bin nicht weg. Ich bin nur woanders, Fräulein. Ja, in Marokko. Aber davon mal abgesehen, was hat denn der Gedenktag der Juden mit Muslimen zu tun? Das ist jetzt mal eine Frage ernsthaft. Nächste Frage. Kaffst du mich nicht hier an, ja? Misch dich da nicht ein. Ich habe dich auch nicht da mit reingemischt. Ich habe nur gesagt, hier sind Alkoholiker. Du hast dich gerade mit reingemischt. Du hast dich gerade reingemischt. Trink dir einen. Haltes dämliches Stück Scheiße von Alexa. Halt bei der Wahrheit. Da bist du nur stolz drauf. Sag ich doch, was dein Enkelkind sein könnte. Nee, könnte nicht mein Enkelkind sein. Sorry. Ja, aber ich bin 49. Ich würde noch nicht mal einen 30-Jährigen nehmen. Also schäm dich dafür, wirklich. Genau. Ach, weil du sollst mich schämen? Ich sag nur Chips. Natürlich. Schäm dich doch. Chips nix. Der Typ war über 50, war der Kashi. Aber keine 30. Ich bin doch kein Pädophil. Ich bin doch nicht so alt wie viel wie mein Gott. 30, dann ist man Pädophil. Alp, geht doch nur mal nicht schön. Du hast doch selbe Scheiße. Du hast doch selbe Scheiße auch nicht wie mein Gott. Natürlich ist es selbe Scheiße. Du hast doch noch mal eine Schule. Vielleicht komm noch etwas. Halt's Maul, Alexa. Erzähl doch keinen Scheiß mit deinen 70-Jährigen-Jährigen-Männern. Was ist das? Du nimmst ja jeden mit. Was kriegst du? Du nimmst ja jeden mit. Du nimmst vom Arne hin. Ja, ich habe dich nicht mitgenommen. Deswegen ist es trotzdem, ich denke, ja, ich bin normal. Halt's Maul. Die Kinder, die suchen doch... Ja, ja. Ja, ja. Schwiss. Schwiss, genau. Ihre Söhne sind älter. Hör mal, und die geht mit 39-Jährigen in die Kiste. Na, Marokko, hör mal, feier mal die Adventszeit mit deinen Enkelkindern und Kindern. Aber dazu bist du nicht in der Lage. Ja? Lass meine Schwester, sonst, ich weiß, wo du wohnst. Ja? Ich bin mit dem Mauro gut befreundet. Also, vorsichtig. Also, wenn ein Einzelnen zu mahnen wäre, dann wäre ich schon längst mit der verheiratet. Das kann man überhaupt gar nicht. Dünne, warum hältst du dich nicht einfach raus? Warum hältst du dich nicht einfach raus? Ja, du hast... Weil du gerade gesagt hast, du kuschelst, du hast gerade zu kuscheln gesagt, trink dir ein. Du weißt, dass die Kuschel nicht trinkt. Du hast... Da musst du einfach gar nicht angreifen, wenn sie nicht trinkt. Also, ich schlage vor, ihr trinkt euch jetzt mal einen. Pst! Nicht sowas sagen. Genau, ich trinke jetzt auch einen. Wo sie jetzt... Ja, du hast mich eben schon anpissen wollen, obwohl du gar nicht dabei warst. Du hast mich angegriffen. Ich kann nur sagen, wir kennen uns schon seit über 15 Jahren. Egal was ist, Kuschel bleibt immer unsere Mami. Ja, und die ist anständig. Ja? Egal was ist... Ja, hier... Organneut, ich muss dich enttäuschen. Genau, Alte. Ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, ich habe vor 30 Jahren letztes Mal was getrunken, ja? Also, unsere Mädchen in der Familie saufen nicht. Halt die Klappe! Organneut, oder wie du auch immer heißt, du alter Kapskopf! Auf jeden Fall hat die... Was sie in ihr Privatleben macht, das interessiert mich überhaupt nicht. Gar nicht. Aber die Alte sagt nicht zu mir, trink nur ein. Dann fahre ich nach Düsseldorf und kloppe, wir höchern einen auf die Birne. Dann trinke ich mir aber vorher ein. Dann siehst du mal, wie ich dich dann malig mache, wenn ich was getrunken habe, pro Lein. Man trinkt hier keinen Schluck Alkohol und nichts und so eine alte Kuh sagt, da trinkt ihr noch einen, wa? Kuschel, guck mal in deinen Ausweis. Ja, da müsstest du reingucken, pro Lein. Da müsstest du reingucken. In deinen Ausweis? Nein, da gucke ich nicht rein. Ja, ja, die Kuschel ist 70, aber die vögelt nicht mit 39 oder 36-Jährigen rum. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Nein, Ping-Pong. Dünner hat doch gerade bestätigt, dass Kuschel auch 70 ist. Was gibt es denn da zu lachen? Meinst du, du bist noch nie oder was, Alexa? Was gibt es denn da jetzt zu lachen? Ich frage mich echt, ob du auf deine Doofheit lachst. Was sie hier gerade bestätigt hat, dass Kuschel auch 70 ist. 70? Trotzdem ist sie, nachdem ihr Mann verstorben ist, hat sie mit niemandem hier was gehabt. Und hat sie ja auch nicht zu bleiben. Anständig. Sie ist eine anständige Frau. Anständig, ach so. Ja, ist sie auch. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Trotzdem lässt sie sich nicht von irgendwelchen Gesocks-Marokkaner verarschen. Mädels, kommt gut an. Aha. Ist doch so. Ja, ob Moslem oder Herr, was recht ist, bleibt recht. Meinst du, das gefällt mir, Alexa, dass meine Heimatsleute irgendwelche ältere deutsche Frauen verarschen? Meinst du, das gefällt mir? Gefällt mir genauso nicht. Hey Mädels, ich habe genug Herz für alle, alle Frauen. Seid doch nicht so aggressiv. Seid doch nicht so kampflustig Mann, meine Güte ey. Es ist Liebe genug für jeden da. Bukarabaya, Allah, lesch gibi, lesch gibi, Bukarabaya. Lesch gibi. Boa schwer, oder jaschassen, oder insan. Jaschail, herkes jaschassen. Ich liebe euch, alle Leute, Mädels, ich liebe euch alle. Kommt runter, meine Güte ey. Ich brauche euch noch für die, für die Hochzeitsfeier mit meiner Sonne, Alpi. wir hier две Euroi Nopej, die Hüette, die Hüteые, ist jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020